Musik 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 Macht doch mit zwei Mann Das geht doch viel Einfach Teamwork Wie heißt sie? Das gab es schon lange nicht mehr. Das ist vom Ablauf ja immer dasselbe, egal was für ein Tier man hat? Das nennt sich dann Revils-Yoga. Beim nächsten Tier wird nicht das Schloss geöffnet. Ringeln ist angesagt. Dann lässt sich das Bindegewebe ganz gut. Eventuell mit dem Zeigefinger arbeiten. Das ist schon mal der Anilator. Der Steine, der ist mir ganz angst. Das hält sich über Jahrzehnte. Das ist mir ganz angst. Das ist mir ganz angst. Ja, der kommt jetzt schön. Das ist mir ganz angst. Das ist mir ganz angst. Der ist gut, der ist gut. Jetzt mach den Dick nicht kaputt. Jetzt mach den Dick nicht kaputt. Das ist mir ganz angst. 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 Und ihr müsst ein bisschen weiter nach vorne sitzen. Ja, aber ich glaube, man hat es jetzt zu viel, es kommt mit dem Wasser rein. Schnell, zieh, bleib! Ich glaube, man hat es jetzt zu viel, es kommt mit dem Wasser rein.